This is how we do Woher hast du eigentlich Euro? Woher hast du Euro? Vollverkauft! Ist noch zu haben! Der ist ja rot! Warum ist denn der rot? Weil das organische, roter Mais ist. Alte Sonne, mein Freund! Schnapps! Servus, ist ja voll gemütlich bei dir, Alter! Das haben wir! Ich hab auch kurz in meine Phase gehabt, wo ich dir auf YouTube Scheiße reingezogen habe. Jetzt nutze ich selber Scheiße!